hallo freunde hier von minecraft hallo schaf heute wollen wir mal mit unserem gewächshaus anfangen so stellen wir erst mal hier das bett mit der tag wird so fangen mal mit dem gewächshaus an ich habe mir folgendes gedacht da wir ja hier so eine schön polierten steinchen haben bauen wir mal mit denen das gewächshaus für unsere bunte pflanzenwelt könnten ja auch holz nehmen aber wir haben mal gerade den das hier mal gucken wie viel wir dafür brauchen für unser gewächshaus so 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 polierter dorit dürfen wir bloß nicht uns verbauen wäre nicht schön denn wir haben keine spitzhacke dabei um das wieder abzubauen so was wird unser gewächshaus und jetzt machen wir mal 34 hoch das glas machen wir das paar quasi weg machen glas rein glas rein glas rein glas rein das glas muss rein gewächs ausbauen wir hier ein gewächs ausbauen wir hier ein gewächshaus zorion wir hier ein gewächshaus bauen wir hier ein gewächshaus bauen wir hier ein gewächshaus bauen wir hier ein gewächshaus ein gewächshaus bauen wir hier ein gewächshaus bauen wir hier ja genau ein gewächshaus bauen wir hier ein gewächshaus bauen wir hier so machen wir das vier hoch oder machen wir das fünf hoch muss ich gleich mal gucken gehen 3 hoch 4 hoch überlegen überlegen ein gewächshaus bauen wir hier ein gewächshaus bauen wir hier ein gewächshaus bauen wir hier so wenn das gewächshaus denn fertig ist dann kommen setzlinge rein und so 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 ist unser gewächshaus was wir jetzt bauen ein riesen gewächshaus ein riesen gewächshaus bauen wir 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 ein riesen gewäch gewächshaus bauen wir habe ich ja schon gesagt das war ein riesen wächshaus bauen so auch noch so A. So. Das wird unser Riesengewächshaus, das wir jetzt bauen. Mal gucken, ob wir das auch so hinkriegen, wie wir uns das denken und uns die Viecher keine Strich durch die Rechnung machen. Aber ich denke mal, dass wir hier so mache ich noch ein hoch. Da haben wir 1, 2, 3, 4. So, ich bin hier, ich bin hier. Gehen wir mal eine Runde schlafen. Gehen wir mal eine Runde schlafen. So. Mal gucken. Müssen wir mal in unsere Trickkiste greifen. Und mal in unser Keller gehen. Ach. Geh doch mal runter. Und gucken, wie unser Gewächshaus hier hoch ist. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und noch 6 mit Decke. 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 hier haben wir jetzt zwei noch drauf so haben wir ja unsere erde hier also zwei noch drauf so 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 dann bauen wir mal so lang so dann machen wir alles zu hier ist wie gesagt unser Gewächshaus wo wir Bäume rein pflanzen werden Bäume rein pflanzen und dann testen wir mal was aus mit dem Knochenpulver ob das noch funktioniert und dann dann die 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 das wird unser gewächshaus das wird unser gewächshaus 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 wir haben kein wir haben kein wir haben kein glas mehr scheißen dreck waren wir jetzt erde holen kies holen kies holen kies holen so können wir noch die zwei bücherregale hier bücherregale anbringen so brauchen wir noch mehr so schaufel brauchen wir eine schaufel brauchen wir eine schaufel brauchen wir